Hallo ihr Lieben, wir sind hier an der Ostsee und wir wollten euch einen kurzen Gruß senden. Hinter mir seht ihr nämlich die Kieler Förde und das ist nämlich meine Pacarina, also mein weiblicher Pate, mein Spirit-Pate. Und da kann ich mich immer schön aufladen, wenn wir hier oben zu Besuch sind. Aber was wir eigentlich erzählen wollten, ist, dass das Jahr jetzt ja langsam zu Ende geht und wir noch einen Kurs machen, nämlich Wünsche manifestieren. Das heißt, wir gucken in dem Kurs, das ist so ein Nachmittag, wo wir da zusammen per Videoschalte arbeiten und wir gucken uns das vergangene Jahr an und manifestieren unsere Wünsche für das neue Jahr. Und das machen wir alles zusammen mit den Inka-Techniken und da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Liebe Grüße, bis bald, ciao!